Der CSD ist heute erfolgreich und ohne große Störungen zu Ende gegangen in Zwickau am 31.8. Wir verschlagen uns jetzt zum Bahnhof. Ich hoffe, die Wasserwerferinnen und der Heli schaffen es auch. Leider immer wieder nötig. Auch hier, es waren total viele Nazis auch in der Stadt. Aber ich hoffe, dass die Bilder von dem CSD jetzt noch wochenlang um die Welt gehen. Weil es war wirklich eine schöne Party und ein wichtiges Zeichen. . . . Antifaschister, Alerta, Alerta, Antifaschister, Alerta, Alerta, Antifaschister. Wir haben und du die Antifaschistin. So, es war ein wichtiges Zeichen und klar, ich weiß nicht, was die Nazis hier wollen. Die wollen halt irgendwie stören, aber können sie auch einfach das lassen und mit Party machen. Warum nicht? Genau. Aber es gibt ja euch. Deshalb haben wir einen geguckt. Richtig schön. Deshalb ist es so und so. Ja, das ist ja auch toll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017